Jürgen Tonkel ist ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Leben der passionierte Schlagzeuger spielte Anfang der 1980er Jahre in der NDW-Band IDB und kurzzeitig auch in der Münchner Punkband A plus P. Er spielte den Bruno in der Serie Blahm. Rund um die Erlebnisse einer Jugendband in den 1980er Jahren. Blahm, war für Tonkel der Anlass, verschiedene Schauspielkurse zu belegen, u. a. bei John Costopoulos. Inzwischen hat er in mehr als 50 Fernsehproduktionen mitgewirkt. Seit 2005 steht er wiederkehrend im Theater am Kurfürstendamm in der Komödie Männerhort auf der Bühne. Aufgrund des anhaltenden Erfolgs bestritt das Ensemble, zu dem auch Christoph Maria Herbst, Michael Kessler und Bastian Pastewka gehören 2008 eine bundesweite Tournee. Weitere Theaterstationen waren das Prinzregententheater und das Münchner Volkstheater. In Markus H. Rosenmüllers Erfolgsfilm Wer früher stirbt ist länger tot aus dem Jahr 2006 übernahm er eine größere Rolle als Radiomoderator. Das Drehbuch schrieb Rosenmüller zusammen mit Christian Lerch, in dessen bayerischer Komödie Was weg ist, ist weg Tonkel 2011 ebenfalls auftrat. In Die Hummel spielt Jürgen Tonkel die Hauptrolle eines erfolglosen Kosmetikvertreters im Direktvertrieb. Seit 2012 verkörpert Tonkel in der Krimiserie die Chefin den Kriminalhauptkommissar Paul Böhmer. In erster Ehe war Jürgen Tonkel mit der Schauspielerin Daniela Tolkien verheiratet, mit der er drei Töchter hat. Er wohnt heute in München und ist mit Eva Tonkel verheiratet. Auszeichnungen 2011 – Kurzfilmpreis das Goldene Glühwürmchen beim Fünf-Seen-Film-Festival für Leave Without Running. Das Goldene Glühwürmchen beim Fünf-Seen-Film-Festival für Schauspielerin